Herzlich Willkommen zu Welt 3. Wir spielen jetzt das Boo-Hoo-Haus und das wird unser Untergang. Auf geht's. Auf das Boo-Hoo-Haus. Flaschen weg und nimm die Family-Review. Tschüss. Da hat's geklingelt. Ja natürlich, aber deine Schwester hat mir jetzt schon erzählt. Basti ist ja auch noch der. Jetzt nehmt ihr die Flaschen in die Hand, wo ich die Kranes abgestellt habe. Was soll das? Na, Quatsch jetzt. Ja, los jetzt. Ab ins Haus und Feuer. Auf zum Untergang. Ja, danke. Die auch noch? Fantastisch. Echt, elefantastisch. Einfach Fantastisch. Jetzt wird ja mein Geheimnis. Warum? Was macht Chica eigentlich? Ich guck den Geist an. Ja. Nein! Hä? Ach so. Ich hab mich aus der Luft geflischt. Das kann ich dir, ja? Kann man ja noch einfrieren? Achtung, Vase. Warte, 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 warte. Ah, ich glaub nicht, oder? Ja. Ich muss mal vorbeispringen. Wie? Geh mal weg! Geh mal weg! Jetzt guckt's mal alle weg! Blast einfach hier rüber. Jetzt guck hinten und spring rüber. Wow! So, wollten wir uns angreifen. Pocahontas und die sieben Träger. Wir müssen mit dir unbedingt mal wieder einen Disney-Kurs machen. Wenn du mal wieder klarkommst auf die ganzen Filze. Das kann ich übernehmen. Pilze! Wenn du mal wieder klarkommst auf die ganzen Filze. Klar, da kann man hoffen. Wer ist denn jetzt hier eigentlich wer? Ich bin das rote, blaue Ding. Ich bin schwarz. Ich bin immer bloß blaue. Ja, dich erkenne ich ja, aber du bist der andere lange, der nicht gespielt wird. Ich bin immer der Kau. Töne mal, Johann. Voller Emo. Du bist so ein Schmiedel. Ah! Hier wieder hoch. Können wir mal aufhören zu schieben? Da ist noch was in der Wand. Ja, deswegen. Oh, bläst du das nicht aus. Verlacht. Tieler eigentlich. Ich weiß es nicht. Akkobatik! Woo! Woo! Yo, bro, yo, bros. Können wir weiter? Ja, Mann. Ja, Mann. Natürlich. Hallo! Ja! Ganz toll! Wow! Hallo! 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 Look, wo du , bla, bla! Du springst durch die Gegend und mach! Weil der schubst mich hoch, du springst mir hoch und riecht da den Kopf drauf. Ach so. Wie viel so bleibes Gießen da ausmacht. Ach so. Komm her! Jetzt hast du aber auch noch die Gäste. Victory! Victory! Ach so. Lustige Teil ist vorbei, jetzt wird's mir da ernst. Nein! Dann gehts ja runter! Ahhhh! Ich kann fliegen! Nein! Ich auch! Lock den mal weg! Gehst du mal! Scheiße! Ich dachte dabei die versteckten Türen! Lock mal alle weg! Der muss erstmal runter, der Geist! Könnt ihr sich mal verpieseln da oben? Ha! Ah! Du bist so lang! Tolle Scheiße! Ich bin aber hoch jetzt! Ich hab zuvor schon gemacht! Jetzt! Caspar! Mäaaaay! Mäaay! Wuhuuu! Ein geiler Folge ab. Mäaay! Guck mal war das her! Hallo! Guck mal weg jetzt! Mäaay! 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 Jaaay! Hallo die Autos! Fuß gegen, ne? Nee! Halt! Stop, jetzt fall ich! Nein, ich bin wieder zu lang! Der ist ja eh schon weggut. Alles, M-A-Aimer! Ach du Scheiße! Verteilt euch! Einer nach links und die anderen in die Münzen. Oder ich dann. Machst du nie wieder Zeit? Was machst du denn, ey? Nein, ich komm zu dir. Keine Sache. Können Sie mal die Sachen einsammeln? Hallo! Hier, 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 hier! Guck mal, wir sind. Hilfe, Hilfe! Da ist was! Pass auf, nicht das. Da gibt es Sterne! Nein! Nein! Sprich mal drauf! Oh, die Fascher. Toll, ich hab wieder keinen. Wer ist denn da? Warte, ich mach sie weg, ich mach sie weg! Ich hab auch noch. Nein! Ich will das nicht. Ich bin wieder unkoscher. Ey, die haben alle Münzen gefunden direkt beim ersten Anlauf. Wie geil, das ist doch so. Wir sind halt Imba. Imba, Kass, Imba. Hallo! Wird so ein bisschen echt drüben, ne? Ja, ne? Das ist echt spannend, gleich schon. Dann auch nö. Nee, nicht die Sachen noch zu. Kommt jetzt schon, äh, Dingel zu. Hoppala! Und Lexy. Alter! Doof, wie er für alle sind. Das steht wie im Bild rund. Spring voll. Oh, Mann! Oh, Mann! Kann man sich auch knicken, aber. Ist ein Dreisprung da? Das gibt ekelhaft Schaum in der Fresse. Dann kam die Flasche und hat das süßes Geräusch gegeben. Und wir haben einen geheimen Ausgang gefunden. Wie geil ist das denn? Wollen wir raus? Nein. Ich hab keinen Bock auf den Afro. Wir müssen das eh noch mal machen, weil ich noch zum Altumhaus möchte. Ach Ero, Mann. Was? Warum rätst du da noch mal rein? Ja, weil wir den richtigen Ausgang noch finden müssen. Nein. Hä? Das war jetzt gerade der geheimen Ausgang. Bisher können wir dann nur so Kanineln. Ich will nix. Aber jetzt können wir einfach durchspringen. Aber wir brauchen noch 5 Münden. Ja, die kriegen wir nebenbei. La. Ich krieg gar keine Flasche. La. Ich krieg einfach mal hier rein und schnapp die Flasche. Ich will nix. Ich will nix. Ach so. Oh, ich bin abgestürzt. Herzlichen Hustuch. Ups. Jupsi. Uah. Hallo. Sammy, mach doch mal schneller. Halt. Stopp. Ich muss auch mal drücken. Toi, jetzt habe ich mein Video verloren. Ne, Marfett. Tja. Tja. Oh, meine Güte. fällig gekloppelt. Ich dachte da gibt's was. Ops! Tater man! Warte nach links gucken! Na links bitte! Hallo! Sammy auch du! Hallo! Hallo! Voll gedrängt. Jetzt war's! Voll auf die Fresse! Ich hab schon was! Nein! Warte nach links gucken! Ich will den Abschied! Du musst aber erst nach links gucken! Du musst erst nach links gucken! Also doch! Nicht bei Sinnen! Das war jetzt blöd! Einfach doof! Nicht da rein! Da kommen wir nur zu bleiben! Aus dem Party ist richtig! Blase! 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 Ich war's! Super Mario! Rinderman! Spiele ich auch noch mal eine Bombe? Ich bin Rinderman! Achtung! Jetzt geht's ja wieder hier runter! Ja! Aber woanders! Ich nerv' hier! Ja! Alle mir! Alle mir! Verteilt auch schon! Hallo! Und ich hab wieder keinen! Oh, eigentlich, sorry! Geh' doch mal schneller, du Schiss-Teil! Oh, nicht so schnell! Ob du mal alles verpasst? Nee! Oh! Oh! Clever, Beri! Ganz clever! Ganz stark gleich! Wow, Bitch! Wie wählt man? Du durft einfach noch mal hier so den hier machen! Ich hab' die 4-Karte-Karte! Ja! Nö! Das ist, weil wir an die Pfade gegangen sind, dann machten die den Abkopf! Naja! Sagen wir mal, Schwan, Patti! Hätt' ihr das in ein paar Sekunden früher mal ein können? Ich bin jetzt schon durch! Halt' mal aus! Halt' mal aus! Hier ist das andere Typ! Zum Moppet? Wollen wir nicht nur mal hin? Nee! Moppet-Typ! Gipillt! Ja! Ja! So lange schon mal drunter haben die Baupilze! Wir können uns gleich mal groß machen, Bräuse! Mach doch selber! Bin ich schon! Ha! Mal gucken wir erst mal einen Bauspilze! Yo! Wieso gut? Yay! Noch kein Bauspilze! Ich will den finden! Alter! Mach Wettbewerb, er will den ersten Bauspilze! Mach Wettbewerb, er will den ersten Bauspilze! Ja! Was für alles das geräumt haben! Heißblumen! Mikropilze! Waren wir zwei da? Bingoin! Kinder Bingoin! Wir sind doch eher so für'n... Hallo ihr zwei! Lasst ihr das mal mit? Nicht rumfahren! Die Miri fappt hier einfach gut! Echt mal! Das geht auch nicht! Das ist ja mal ein Block gesetzt! Määääää! Määäää! Ja! Schau dir einen Ausschlag bei der Oda! Das sieht nie lang! Das ist ja auch... Das ist doch... Das ist ja kaputt! Dann dreht sich alles! No! Ich komm nicht rein! Du war ne Wiese! Das war ein Wiese! Danke! Was ist denn mit mir jetzt? Komm ich da auch noch raus? Nee, du musst da raus! Komm ich da auch noch raus? Nee, du musst da auch raus! Ich will da rein! Der muss da raus! Ich muss auch noch rein! Ich muss da rein! Ich will da auch rein! Ich will da auch rein! Ich will da auch rein! I'm sorry! Schreibst du doch wieder alles ab, früher! Wieso blöd? Ich will auch noch was! Nein! Näm! Näm! Komm mal ein Stück runter bitte! Wir müssen doch wieder raus! Näm! Näm! Ich hab grad fast alle Glase gemacht! Hahaha! Das wäre mega blöd gewesen! Näm! Ich bin hier oben! Ich bin schon wieder tot! Hallo! Wuii! Bleib doch mal stehen und guck nach! Ah! Da links ist ne Tür! Ach! Tatsache! Geht nicht auf! Die schau'n! Halt! Ich weiß! Kommt noch ein Stück runter! Halt! 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 Kommt runter! Kommt runter! Nee, soweit reicht's schon. Kann mich immer bitte aus der Blase befreien. Was mach ich hier eigentlich? Pfff, Scheibenklazer hier. Da rechts rein, oder? Ja. Nein! Endlich! Wartet, bis ich da bin! Hol mich doch da raus! Alles unter Kontrolle. Echt? Oh, was? Egal. Nee, erst mal voll. So, schon mal ganz kurz. So, ich kümmere aus der Tür raus. So, jetzt können wir hier raus, bevor noch jemand stirbt. Gut, dass es geklappt hat. Ich bin echt gemascht. Volle Überraschung! Boah! Meiner ist verfasst an mit Blasen voll. Ich glaube, es war noch am Schluss. Yeah, das war voll... Ich kann ihn kaputt haben. Wow, Mann. Ja, dann macht er erst gut. Hallo! Weitdokno! Eizt, 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 eizt... Ich dug mes! Ich bin gescheuert, was weiß ich nicht. Oh! Techno-Bälle! Was könnt die, was könnt die?! Schocken, also einfach nicht gegenlaufen! Schieb doch nicht so fettig, scheiße Jawasch, du musst doch kacke! Stehen bleiben! Woll. Warum verpist sie nicht das Leben? Nee, du gehst da durch. Boah, so warst du sowieso groß, du fühlst schon. Ja, ich meine, du bist zu blühen, du bist zu blühen. Oh, Eisblumen. Warum kommen wir hier zweimal hin? Das war nur, weil wir alle Münzen bekommen haben. Wir greifen auf deine Hilfe. Schill doch mal. Jetzt alle müssen aber drauf stehen. Stehen doch alle. Wie die Bekloppen. Da bin ich. Ja, da hat auch Sinn. Ich guck nach Lenis und mach die Linken weg. Was? Linken? Die Linken weg! Wow, ein dickes Pau. Das hätten wir zweimal für die Münze gewonnen, aber das bräuchte. Kriegen wir auch nicht. Hallo? Aua! Sterne, ein Zepp. Wo ist die? Ganz oben. Da draus, da musst du das Pau die ganze Zeit durch retten. Dann kannst du da oben auch Stachel bingeln. Und wenn die eine Stachel wieder was kaputt gemacht hat. Aua! So, jetzt wird's gleich hässlich, weil jetzt gleich die Stachel bingeln. Aua! Das Teile kommt. Aua! 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 Ich war grad so drinnen. Aua! 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 Ich hab noch mehr. Toll, wieso bleibt mir das nicht mal stehen, wenn ich dann totgeh? Wie sie sich alle totgeh? Überleben? Nein! 3 auf 3, es war so ne hässliche Zeit. Hu? Ich bin ja schon im Marc. Gut, das passt ja. Dann machen wir den nächsten Versuch in der nächsten Aufnahme. Es ist wohl eine Hoops. Sech mal, das kann man echt nicht mehr sehen. Sofort ausschalten. Sofort das Video ausschalten. Nein! Los jetzt.